Willkommen zurück. Wir spielen immer wieder mit Dior Rider, würde ich sagen. Hier waren... Achso, das war das Level. Okay. Wo fehlen denn jetzt noch farbige Kristall? Hier haben wir alles. Hier fehlt der Gelbe. Dann gucken wir uns das nochmal an. Den geheimen Weg. Aber wo kann der geheimen Weg sein? Hat er eigentlich auch die Kanone? Jo. Hat der da gerade gespeichert? Kann das sein? Also war das Kistensymbol abgeleitet für den Gegner besitzen? Ja. Okay, also müssen wir das wohl machen. Das war jetzt, habe ich auch in jedem Spiel eine andere Attacke. Dafür kriegt man dann das Achievement. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. okay hätte er sein können dass das der geheime weg ist ich bin natürlich auch ein punkt sein oder wollte man Okay, dachte man fährt vielleicht aufsach. Shit. Das ist ein Bonuslevel, das ist kein geheimer Weg. Oder ob ich im Bonuslevel ein geheimer Weg versteckt sehen kann. Da hinten ist er. Die Frage ist, man kommt von links ran. Die Kategorie... Nein. Fünf. Wir sehen in dem Hintergrund die Files. Sind wir schon am Bot vorbei. Hier wurde jetzt nichts weiter aktiviert, ne? Hier wurde jetzt nichts weiter aktiviert, ne? Ich würd's gern rausfinden. Ich würd's gern rausfinden. Nicht irrt, die Kiste. Warum stellt man die da hin und dann für zwei Kisten, die man gleich sieht? Ich würd's gern rausfinden. Deshalb gucken wir andere Beband müssen. 100 Pro. Da, wie? Wenn ich mich meine Beband gesehen habe. Halt drauf. Ja, das ist auch sehr schnell. In dem Fall wurde der Bist, der Bist, der Bist. Oder auch? Fünf oder? Oh... Na, das ist ein Kiste. Denken. Gucken wir uns den Bonuslevels mal an. Hmm. Das Problem ist diese Plattform Nehmen wir mal an, es ist eine Plattform, genau Kann ja sonst wo starten Jetzt sind wir ja fast wieder am Level anfangen, oder? Wäre natürlich heftig, wenn das jetzt hier irgendwo noch wäre Ja, wer will anfangen Hä? Wo soll das sein? Wir wissen ungefähr wo der ist, die Frage ist Bist du auch in der Nähe der Startpunkt Was? 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 Ich hätte die Vermutung, dass es irgendwas mit diesen Klettergittern zu tun hat Dass man sich oben hoch vielleicht runterlassen kann Der nervt mich Aber was macht das für einen Sinn, dass man den hier so sieht? Das ist ja ziemlich auffällig Was? 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 Oh Gott Was? ظinance Jesus Moon Ich的e. 默 Sie Honestly Hallo oc Nee. Da tue ich nicht drauf landen, Leute. Ich komme auch nicht rauf. Tja, ich glaube ich muss den Level gleich so abschliessen. Und dann entweder auch mal online gucken oder aufs Screen nachsehen. Ich wüsste es nicht. Okay, hält sich auch gleich dran fest. Ärgert mich. Ärgert mich. Ob der Typ irgendetwas damit zu tun hat? Ob der Typ irgendetwas damit zu tun hat? Oh nicht, ich komme gar nicht. Irgendwie weiter rechts oder links. Ich kann die auch nicht zwischen. Ich kann die auch nicht zwischen. Gut, dann gebe ich es auf. Keine Ahnung. Ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt tatsächlich, ey. Geheimer Weg. Geheimer Weg. Geheimer Weg. Geheimer Weg. Geheimer Weg. Geheimer Weg. Naja. Ich würd sagen, nächste Folge machen wir den wahrscheinlich id Kampf. Spitzen wir da nämlich ein bisschen. Geheimer Weg. Geheimer Weg.